So, ich hatte gerade das Problem, dass ich unter dem Baum natürlich dann aufs Skelette getroffen bin, wo ich mein Zeug aufsammeln musste. Und spinnen, und dann ist es ein Mistviehzeug, wie es so alles heißt. Jetzt gehen wir erstmal da... Ah, wir sterben. Aber das ist ja nicht mal der Baum direkt bei der Getreidefarm. Das ist ja noch einer. Och Mensch. Muss das denn sein? Ich bleibe dabei. Inorambäume sind mir. Da muss es auch viele Beschwerden geben. Ja, irgendwie hat man mal gesagt, lass mich in Ruhe mit meinen Bäumen, die sind toll. Ja, so ungefähr. Sie hat in die FAQs reingeschrieben. I like my trees, the way they are, they stay that large. Also keine Hoffnung an der Front, mal vielleicht. Oh, wie die... ...Elleichterung in absehbarer Zeit. Ich weiß gerade nicht mal, welche Verästelung ich habe. Sensi. Ich bin sowieso orientiert und so leicht verloren auf dem Weg nach oben. Ist das ein Nikolid-Zweck irgendwo eingelagert? Ja, bei der Marble-Kiste habe ich doch gesagt. Mehrere Stacks. Das Lager wollten wir auch nochmal gescheit bauen. Klopp, 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 oh Mann. Ob bei Elorambäumen Äpfel droppen? Das wäre sicher. Wäre auch mal interessant. Ich kann das alles nur damit unten die Skelette verbrennen. Hey, ne Blutschistö, die Motor habe ich jetzt endlich mal. Warte, meinst du den Motor von Eloram oder was? Hm, den kleinen, also den, den Motor, den du brauchst, um die Pump zu bauen. Ja, schon klar, das ist das Bauteil quasi, nicht der, nicht der Fail-Motor. Genau. Und er braucht halt den Electricity-Motor. Und das Ding wiederum. Gut, Ressource. Hm. Auf der anderen Seite, die Pumpe ist einfach nur unbeschreiblich geil. Hm, jetzt wird's dunkel. Das ist natürlich ungünstig für unsere Aktion hier. Schmeiß mal irgendwas raus. Was kann ich denn mal rausschmeißen? Ach, das Spider-Eye, nee, String. Wir schmeißen das String raus, weil String-Creme ja noch über Hanf und Spider-Eye brauchen wir später noch in großen Mengen. Sehr lustig, was ich damit vorhabe. Äh. Also bis jetzt seh ich noch keine Ausdünnung dieses Baumes, ne? Ja, die Pumpe ist fertig. Hm, nee, 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 nee. Wo pumpst du den Krempel momentan hin? Nein, sie ist fertig. Fertig heißt es nicht, ich habe alles aufgestellt. Ich brauche noch den Thermophile und die Battery-Boxes und noch ein Thermophile und noch ein Thermophile. Hast du auch schon den Sonic Screwdriver gesehen? Ja, das ist ja quasi so eine Aktion wie der Electric Wrench. Das ist aber sehr, sehr gut. Boah, so oft so viele habe ich von den Dinger nicht verbraucht, dass ich sagen könnte. Ja, gut, aber das kommt ja jetzt mit der Zeit. So, was wollte ich jetzt gerade? Ach, Grate da. Boah. So, ich hau hier gerade zwei Stacks, äh, Charcoal durch, weil ich zwei, vier, fast sechs Stacks Rubberwood habe. Verdammt, ich brauche zwei Grades, ne? Ja. Einen zum Einziehen und einen zum Rauswerfen. Das frisst natürlich tonnenweise Eisen, weil es die Iron Bars braucht. Hm, vor allem da kriegst du es von 16 Stück raus. Hm, das reicht trotzdem nicht. Und ich habe die ersten 16 schon durch. Hm, ich weiß, ich habe das auch schon gebaut. Und mir gedacht, Mensch. So, zwei Grades, Pumps, die Fluid-Pipe. Ich baue mal ne, 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 ne Chest neben den Dings hin. Äh, wie heißt der Krempel? Generator. Da machen wir die ganze Charcoal rein. Ich weiß nicht, ob er die sich automatisch zieht, aber... Ich sag mal so... Ich glaube, bei Nierfüllung müsstest du mit von unten, also müsstest du die Chest unter den Generator stellen. Und das geht ja nicht. Der zieht ja nicht automatisch, der nimmt es nur an. Ah, eben, deswegen... Ne, aber da können wir es wenigstens einlagern, die schon fertig ist, weißt du? Dass ich hier immer das ganze Rubberwood kann ich ganz gemütlich zu Charcoal machen und dann habe ich nämlich jetzt schon anderthalb Stacks über. Das ist dann schon mal, zumindest in der Beziehung, eine Arbeitserleichterung. Äh, ich habe keinen Platz für Rubbertree Saplings. Das finde ich jetzt aber nicht cool. Und die Leafs sind auch ne andere Farbe von Eloram. Oh. Muss ich noch eine Kiste bauen. Das baue ich ja eigentlich gerade für den Krempel zusammen, eine Kiste wollte ich haben. Das Schöne ist, was ich festgestellt habe, und das funktioniert auch bei Industrial Craft Recipes, die verschiedenen Holzfarben lassen sich beliebig miteinander kombinieren. in Rezepten. Wie muss ich denn, Great, wie rum muss der rein? Äh, das hat, das hat so einen Anschlussnoppen, da kommen die Pipes ran. Oh, oh. Da brauchst du sicher einen Screwdriver, oder? Ja. Wenn ich das Ding drehen will. Ah. Entschuldigung, ich dachte, der hetzt es schon ein. Nicht mit. Ja, was man, wie oft man nach hin und herläuft bei diesem Spiel ist, äh, das ist, äh, der Wahnsinn, würde ich mal sagen. Ah, den Generator will ich doch gucken. Ja, der hat noch genug. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen Cobblestone meseraten. Zumindest wäre es vorausschauend. Und der Spicken-Grate kann man direkt in die Lava? Ja, der muss Anschluss in die Lava haben. Ich komme mal vorbei und guck mal. Obwohl, ich sehe ja nichts. Stolper ja über unsichtbare Pipes. Und der Crate hat auch einen sehr lustigen Fehler bei mir dann. Das weiß ich jetzt schon. Ja, ich sehe ja nichts. Ich sehe ja nicht eine Textur. Wenn du irgendwas da platzierst, fast sehe ich es nicht. Ja, die ersten Pipes sind da. Ich sehe es theoretisch, wenn deine Lava durchfließt. Ah, das ist die Pumpe, ne? Oder der Crate. Nee, das ist die Pumpe. Ist die so richtig rum drin? Ähm, guck dir mal mal die Texturen an. Oh, selbst die Pumpe hat die nicht. Ja. Äh, die Pumpe muss so sein, dass das... Äh, unbewegte Ende am Anfang Richtung Tank zeigt, glaube ich. Das unbewegte Ende, also das breitere sozusagen, wo die Anzeige für Strom ist? Genau, das muss Richtung... Die muss Richtung Tank zeigen. Ja. Und da habe ich es richtig rum drin. So, da kommt jetzt die nächste lustige Geschichte. Ja, das ist doof, dass wir nichts sehen, aber... In der nächsten Aufnahme wird man das dann alles noch mal sehen. Ach, wir bauen einfach eine zweite Pumpe und pumpen es dann auf den nächsten Tank. Können wir machen. Mir ist das egal. Naja, wie war denn das? Verliert Blutricity? Verliert über Distanz extrem. Ja. Kann ich dir sagen. Du kommst keine Achtfelder weit. Mist. Du musst den Badboxes als Zwischenspeicher zwischensetzen. Alle acht Felder. Ja, es ist sogar bedeutend weniger. Bzw. alle acht Felder ist es halbwegs verkraftbar, der Verlust. Ne, dann mache ich das mal unten mit diesen Thermopail-Dingern. Weil von oben mit Solar runter... Ganz schlechte Idee. Das braucht dann einfach viel zu viele, viele Badboxes. Da fällt mir ein, ich muss auch noch Badboxes bauen. Vier Stück brauche ich. Das ist doof. Und jetzt 12 Batterien, das sind 24 Redstone. Bye, bye Redstone. Also Charcoal haben wir jetzt reichlich. Haben wir noch Kohle? Richtige Kohle. Haben wir für... Silikon-Wurfe. Da geht auch Charcoal. Ja, geht mir doch. Da geht auch Charcoal. Alles klar. Das habe ich schon ausprobiert. Da war ich sehr begeistert, als das ging. Da dachte ich mir so, Mensch... Manchmal hast du ja auch Glück beim Update. So, jetzt reicht das mal hin. Diese Rohstoffmassen. Unbeschreiblich krank. Dafür ist der Bau eines Solarkraftflachs eigentlich auch recht beeindruckend. So von wegen Komplexität und so weiter. Also ich muss sagen, ich finde das immer wieder spannend. Wenn ich das den bauen darf. Aber wir haben keinen Flachs nirgendwo angepflanzt, ne? Deine Schafe, sind die so weit, dass man so eine Runde scheren kann? Ja, ja. Ich schere die nie. Also, wenn die nicht gerade irgendwo vom Creeper gefressen wurden. Scheiße. Nein. Das ist ja übel. Creeper fressen Schafe. Boah. Ich hoffe, ich werde mehr brauchen von den Silikon-Wurfen. Obwohl, eigentlich nie. Ich habe mir wieder ein Stackkabel gemacht. Yay. Hier geht aber bald das Kupfer aus. Yay. Oh mein. Jetzt wird es hier. Hier. So. Hier hat es das. Ich brauche auf jeden Fall noch die Ranch. Das sollte ich auch mitnehmen. Und dann machen wir hier nochmal wieder das Steak rein. Das alte. Und du kannst jetzt wieder dein Bedpack laden, wenn du möchtest. Haben wir wieder's drauf? Ja, ich habe ja jetzt dafür gesorgt, dass dauerhaft, äh... Moment, ich will kurz meine Kettensäge noch ein bisschen pushen. Ein bisschen was ist da. Quasi dafür gesorgt, dass dauerhaft Charcoal drin ist. Und dann habe ich es ja neulich tagsüber nicht gebraucht, weil ich ja gar nicht im Haus war. Da kam ein bisschen was bei rum. So. Achso, genau. Lass mal Schafe scheren. Achso, Gummi brauchen wir auch noch. Ah. Was wir alles nicht noch brauchen an Ressourcen. Ich brauche immer noch die 100 Kabel für die Verkabelung. Beziehungsweise 96 Kabel sind's. Hm. Ich muss auch mal gucken, ob ich irgendwo noch bei mir Eisen rumliegen habe. Ich habe jetzt... Mit den Meisterraiten und alles habe ich jetzt von... Einen halben Stack Eisen bis jetzt gebraucht. Boah. Also 64 Eisen. Nur für Pumpe. Für die Teile von der Pumpe. Und jetzt halt noch für die Thermopiles. Boah. Bitter. Kegesundes Verhältnis. Ne, ich habe auch schon fast wieder einen Stack Redstone weg. Nur für Batterien und Circuits. Und dabei habe ich erst acht Solarkraftwerke gebaut. Oh, ein Glück. Ich habe noch, ähm... Mein letztes Eisen bringe ich jetzt mit. Das sind 36 Stück. Die hatte ich mal für Schienen, aber... Das spielt ja erstmal nicht so eine große Rolle. Eine Schafe, lass mich nicht wieder raus. Siehste, verdammt. Das wollte ich ja auch noch probieren. Was denn? Äh, naja. Irgendwann muss ich nochmal einen Bohrkopf bauen. Vielleicht funktioniert die TBM zumindest an sich noch. Dass die einfach nur gerade ein Problem... Ein geistiges Problem hat in der Position. Deswegen abbauen. Mhm. Nächste. So, Mesa Raider. Ja, das war auch so eine schöne Geschichte. Ach, du machst gerade Sand wie Sau wegen Glas. Naja, kannst du das auch erstmal rausnehmen. Ist jetzt nicht so wichtig. Das war jetzt nur quasi... Nö, daneben ist doch noch eher noch... Längere Sicht, äh... Gesehen. Ein bisschen vorproduziert. Also einfach nur, damit ich nicht... Irgendwann mal da stehe. Mist, ich brauche ein Stack Glas. Woher nehmen und, äh... Stehlen? Ich hasse dunkle Wälder. Sonst finde ich sie so dunkel sind wie hier. Also dunkle Wälder an sich finde ich cool. Nachts im Wald? Geil. Sehr gruselig. Kann man sehr lustigen Spaß haben. Das klingt jetzt irgendwie... Bedenklich. Äh. Hm. Hm, dann klingt es halt so. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm.